Wollte ich sagen, ne? Ja, aber Kragas und wie kommen ich Sleeperin auf? Naja, ich brauche gerade DC. Krann ist wahrscheinlich, Krann ist sowieso wieder, also, auf Klo wahrscheinlich oder so. Also die Gegner gerade sind Silber, Platin, Platin, Diamond 5. Watt? Die jetzt gerade? Ja. Warte hell, warum haben die dann so ein Scream Team auf? MMR auf Doom. Ne, vor allem, warum haben die dann ein Scream Team auf, wenn da zwei Silberleute sind, also. Ich hatte ja auch, als ich noch Prost war in Season 1 mit ein paar Kumpels, so einen klaren Tag vorne geschrieben, einfach was lustig aussehen. Ja klar, das ist ja kein Ding dabei. Also hier war Morgana, by the way. Die haben ja ein zweier, zweites Team. Am besten ihr beide noch ganz kurz, bis ich da bin. Nach wie vor. Ich glaube hier steht jemand. Naja, aber hier war Morgana. Wartet, wartet. Kann wenigstens noch anspringen jemanden. Bin dann weg. Also wir fokussen den, der gehuckt wurde, ja. Ja. Okay, here we go. Okay, sie war ganz alleine da. Okay. Ist also auch krank. Oh, krass krank krank. Oh, die lassen sie wirklich alleine dort verteidigen. Das ist interessant. Ja, bin ich ja mal gespannt jetzt. Mhm. Frontlane sollte eigentlich wieder easy sein. Easy. 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 Ja, das ist ja auch voll ein stronger Item. Das baut momentan fast jeder eigentlich. Naja, aber auf sowas lohnt es, aber auf Thresh lohnt sich das nicht. Ja, auf Thresh lohnt sich das nicht, aber ich meine auf Mages lohnt sich das halt immer. Mehr als alles andere. Ja, ich finde damit ist man trotzdem noch viel zu weich. Die nerven ja irgendwie das Face of the Mountain Item hab ich gesehen ne. Schon wieder. Haben sie doch gerade erst gemacht. Die machen halt irgendwie teurer und dafür weniger life oder bisschen mehr life, aber dafür können ja den Effekt ein bisschen schwächer oder so. Darien hat es doch auf Shyvana gebaut und das war anscheinend voll op. Darien hat auch. Ja, weil der hatte, es gibt ja nen Schild prozentual zum Leben. Und wenn der dann 4000 Leben hat. Bleibt ja im DC. Und dem AD Carry nen 400 Leben Schild gibt. Meinst du der Silberrahmen ist DC? Oh. Ja gut, aber Darien spielt auch Aatrox mit Muramana. Also ich meine äh. Ja, ok, aber nein das war. Ah, darfst du den Dinon oder? Minions sehen übelst krasser aus an den. Da hab ich halt so ne Müsse auf. Ha, ich bin voll auf den Reddit unterwegs zu zeigen. Wenn ich den Red hole? Oh. Ob ich ihn missnacken kann? Der war voll langweilig. Wo ist unser Gegner? Gegner. Ahhhh. Also meine Minions haben übelst kranke Animationen, wenn die gebrochen werden. Ahhhh. Ich bin hier, ich hab den gepusht, Cranny, ne? Also der wird wahrscheinlich, der Zac wird oben nicht kommen. Nee, äh, Six Fallout, Six kommt, Six kommt. Geht weg. Red is the last hit of denying mechanics. Guck, und genau so wie wir es gerade machen, müssten wir es auch machen, wenn wir, ähm, halt Lane swappen. Bei ihr eins oder was? Genau. Achso, du meinst die Kriegs-Wave hier? Ja genau, die Kriegs-Wave. Pantheon ist bei den Golems und kommt danach top wahrscheinlich. Hm. Ich bin dafür, wir reißen den Turm einfach so schnell wie möglich ein. Und dann roben wir in die Mitte und reißen den Turm ein und gewinnen das Spiel. Weil wir Scumbags sind. Oder, was heißt du davon? Das finde ich gut. Scumbag Mechanics sind bei mir hoch ausgeprägt. Aber jetzt... Oh, guck mal wieder. Der hat bisschen Minus verloren, würde ich sagen. Pantheon ist top. Pantheon ist top. Pantheon ist top. Ja, unsere Scumbag Mechanics müssen trotzdem auspacken. Wir müssen das ganz oft töten. Ich würde den auf jeden Fall gucken, halt. Und jetzt lassen wir sie pushen, um sie perfekt zu zonen. Weil die... Den Midway pusht gerade. Hm. Lass ihn tun. Lass ihn tun. Lass ihn tun. Oh mein Gott, der Scha... Oh, lol. Ja, der Scha... Ja. Du wolltest in Wirklichkeit nur das Goldfeed rausbaiten. Du wolltest gar nicht schaffen. Muss ich. Geht's gar nicht. Pah, beim Auto-Taggen. Versuch mal einmal mit Gangen, solange ich muss. Das war alles fertig? Vier Sekunden mal, ey. Aber ich habe da Angst, dass Dings oben Dings ist für einen Counter-Gang. Ah, deswegen ist eigentlich... Eingeschossen. Ja, der predet das auch so ein bisschen, ne? Ah... Pass auf. Pass auf. Organe, glaube ich. Garmabot. True damage. Wir pushen gerade so gut. Was? Lusher ist ja Level 2. Oh, die ist sie nicht. Was für ein Hook? Gartier's Verspiel bin ich wieder. Oh, Panthea, Panthea hinter euch! Hm, klar. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, ich lasse mich einfach zu sehr baiten und dann vergesse ich zu warden, weil ich so Kill-Gay bin. Pass auf, das ist... Ja, ich weiß. Panthea wird dann vielleicht noch in den Buschleck kommen. Alter! Was ist was? Ion. Ein Twilight Champion. Ups. Nix. Kann kurz miterhalten. Der ist oben. Wir können eigentlich... Wir können ihn, glaube ich, killen. Ist Morgana back? Ist doch klar, ne? Wir haben bestimmt kein Wort hier. Ich geh jetzt rein, Romator. Ja, ich seh's. Peace. Ah, die haben's gesehen. Du hast keinen Rest? Ja, ich weiß. Ja, ich halt einfach kurz miter am besten. Oh. Wieso ist er so schnell? Hey, der hat keinen Ignite, nein. Aber ich hab weg. Bessere Frage, warum bin ich nicht schneller als er? Ja. Kein Ignite, das ist schon mal pretty nice. Rack-Rack-City, bitch. Aber wir sollten ja nicht so ganz so aggressiv stehen, glaube ich. Wow. War ja beim Fehl. Wollt ihr mich nicht beeilen? Das irritiert mich. Noch mal Raves, ne? Mach doch bitte. Pusch doch mit da rein, wenn wir verlieren fahren. Er ist für mich als erstes weggegangen. Ich hab jetzt ein Pink für... Welche Zeige? Oh Gott. Witzig ist, die verliert alle Stacks. Einmal, glaub ich. Was bringen mir die Stacks? Ich kenn mich damit aus. Bonus-Schaden. Also wenn ihr 14 macht, macht's, glaub ich, 1, 2, 3, 4. Okay. Also jedes Mal, wenn sie Damage auf den Gegner macht, verliert sie einen Stack. Ich weiß nicht, ob der das Ding insgesamt noch cooldown hat. Zwischen den Auflader. 30 Sekunden, einen Stack. Macht er jetzt einen Blue-Buff? Macht er jetzt Blue-Buff, könnte dann... Achso, äh... 30 Sekunden Stack dann dreimal. Also nach dem Blue-Buff könnte Pantheon 6 sein. Der müsste jetzt auch... Der Stack ist top, Mist, ne? Der müsste unten jetzt aufpassen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Innerhalb der nächsten 20 Sekunden. Dann lass mal zurück. Dann hab ich jetzt nochmal die Seele und sterbe. Oh, mein Gott, mein Gott. Er hat keine Barrier, der hat Ignite. Ja, die dürfen wir machen. Fassen müssen dann sofort. Der push die ganze Zeit. Na, fuck. Na, gut. Wollt grad Problems machen, dann hätt ich nämlich 6 und wär auch Box-Counter gegeben. Ja, dann mach. Wow, wow, wow. Why I'm lagging? Fuck. Da ist Morgana. Wir können unsere Scumbag Mechanics gar nicht so richtig auspacken. Komm mal Mitte, Yvonne. Ärgert mich. Warte mal, warte mal, warte mal. Mal was klären, kurz. Oh, fuck. So, okay, alles klar. Lol, ich bin auch zu dumm auf die Lateine zu drücken. I am as timeless as war. Fuck. Komm, komm, komm. Der hat kein Ding. Der hat gewartet. Meinst du? Ne. Das ist ja, das war jetzt nicht so nice. I know what lurks in the hearts of men. Oh, das sah irgendwie ein bisschen verdächtig aus, dass der gewartet hat. Der hat er nicht. Er hat, er hat. Er hat, er hat. Wie schnell kam der bitte runter, ey? Oh, der, der Hook war richtig nice. Riggs macht Ulti nach unten. Oh, fuck. Riggs macht Ulti nach unten. Ja, ich hab's gesehen, aber das trifft er nicht. Riggs kommt auch. Ey, geht weg. Wie, der kommt. Der kommt, der kommt hier. Der kommt hier. So, okay, von da. Ich hab grad schon Panik geschoben. Wir kommen runter, aber. Theon kann nicht nur snacken, theoretisch. Geh die weg, geh in die weg. Ja, die gehen weg. Ja, ich bin jetzt. Ja, fahr mal, fahr mal. Ah, ich geh back, ja. Lass ihn mal pushen. Oh, er geht doch nicht back. Achso, passt. Moment. Hab schon noch sein E-Ready. Ja. Ja, kann man nicht dashen. Aber lass mal die Wave jetzt rein pushen, Max. Ah, liegt doch noch ganz gut eigentlich. Ist keiner von uns gestorben? Okay. Warte, ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht. War so klar, dass er gleich gebrotet hat. Doch, dem. Du, schnell. Komm, wir waren. Komm, komm, wir machen den Blumen. Ja, das kann nicht, ich kann nicht weg. Okay. Na, ich muss weg, bevor er weg ist. Ich kann ja schon mal anfangen, irgendwann. Dann geh. Kannst du den gleich mit dem Fass abholen. Jo, danke. Ich geh auch nochmal zurück. So. Wann hast du die Golems grad wieder gemacht? Ja. Ach, schade. Schade. Schade, weggebrockt. Die kosten Schuhe 325, gell. Das ist gut. Die brauche ich im Organ dabei hin zu dodge. Danke. Ja, bitte. Max, warte auf mich und gib mir eine Laterne. Der Tunnel. Hat Six eigentlich noch? Kann... Ja. Ich hab Volt für Mitte, aber... Ich kann nicht raven, aber er hat Flash. Ja, das ist das Problem. Geduld, alle Freunde. Geduld. Jetzt hat er keinen Dings. Ja, der hat auch schon BFA. Ja, Rafiq. Der war so weit auf der anderen Seite. Geh jetzt mal rein. Ja, er hat geflasht. Was verletzt? Äh... Oh, die wollen fighten. 15 Minuten. Ich musste flashen. Wie schnell kommt denn der Typ runter? Das verstehe ich nicht. Oder gehört das bei mir so spät angezeigt? Mir kommt sofort so in der... Also in der eine Sekunde. Ja, es war echt ziemlich krass. Ist ja auch mal eine. Eine Sekunde channeln und dann eine Sekunde fliegen. Ja, aber normalerweise sieht man das doch schon, oder? Ja, ja. Man sieht das und dann eine Sekunde später kommt er auch noch. Alter, das ist ja impossible. Impossible. Das war jetzt wirklich so. Der öffnet sich und als der Kreis quasi seine äußeren Ring erreicht hat, ist das schon unten. Stunt nicht. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ey. Das ist doch scheiße. Kommt irgendwer botlane? Vielleicht. Komm, die können wir töten. Der hat keinen Flash. Der ist down. Boah, das ist so nervig. Mach den mit, Turm, bitte. Ja, wir versuchen es aber. Können ein bisschen Druck machen auf mich. Das ärgert mich so sehr, wenn wir den botlane polieren. Hattest du keinen Flash, oder? Nein. Ich glaube, die machen Drake. Können wir den aufhalten von dir? Ich glaube, wir können den kriegen. Jetzt gleich, ja. Ich krieg dich nicht down, ey, den Scheiße. Der kommt jetzt. Der kommt hier und kommt zu euch, ja. Aber den Tor kriegen wir nicht, ja. Das ist glaube ich nicht so nice. Das ist so nice, bro. Okay, dann kein Tower Damage. Okay. Ey, kannst du noch was machen? Nee. Kannst du noch was machen? Nein. Was soll ich machen? Ich kann machen. Oh Gott. Willst du mich verarschen, Max? Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du für jemanden mit dem Schaden raus hast. Alter, was ist denn auch das, Junge? Du hast auf jeden Fall ein bisschen True Damage gemacht. Was ist denn das für ein f***ing Throne? Der wurde down, egal. Das war ein Auto-Attack. Da habe ich nicht gerechnet. Ich wollte einen Tod haben, weil der uns verärgert hat. So well played, man. Da hast du die Maxime-Kennigste da. Mit Ignite, weil ich. Das ist so gut. Du hast noch Ignite? Was hast du denn? What the f***? Alter, Schade. Oh Gott, Max. Das ist echt ein Grumse-Kennig, ey. Oh, ich habe es leider nicht gewöhnen. Das ist zu schade. Ich habe ihn zu Tote geflayt. Ey, die Golems sind ab. Jetzt kannst du das machen. Ja, ich habe auch gerade über. Los, wir können Bot-Lane-Gang unterbreden. Ja, Pantheons-Bot. Achtung. Ja, der ist immer Bot. Der macht jetzt Blue-Waff und dann immer kurz Red-Waff. Generell ist die Trailer immer auf unsere Lane, Max. Wir mögen uns nicht. Ja, ich habe einen Put-Save. Ich mache nur ganz kurz meinen Red und dann... Und danach machst du noch kurz die Raid, dann schaust du in der Mitte vorbei und dann bist du ganz sicher unten. Ne, ne. Na gut, ihr hattet ja auch Advantage. Der hat noch... Ja, ich komme jetzt auch zum Drag. Six hat noch drei Minuten auf dem Flash. Oh, er holte drei. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Komm auch runter. Ich bin hier ein bisschen kiten. Der ist sowas vom Toten. Ne, 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 ne. Oh, der ist nicht so schnell tot. Six kommt jetzt. Oh, nice. Nur die Ulti. Okay, Morgana. Ich gehe auf. Oh, Max. Wieso gehst du noch mal rein? Der ist zu mir gekommen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Loll. Das ist ein Witz. Ah. Fuck. Oh. Max, hör mal auf jetzt. Freakist. Freakist. Ich wollte einfach noch mal nen Hook noch austeilen. Der war doch tot. Der konnte nichts machen, Alter. Ja, aber der ist einfach... Ich war hier. Dort, wo meine Leiche liegt quasi. Und der ist von da nach da gedrückt. Ja, der geht einfach weg. Die waren alle down. Ich wollte helfen. Nie helfen, Max. Ist das nicht deine Regel? Ja, ich... Nie helfen. Das ist so scheiße. Ich hätte auch lieber 5 Kills anstatt 5 Assists. Können wir Drake jetzt machen? Ja, naja. Wir müssen jetzt noch regroupen. Willst du nicht mal back gehen nach nem Triple Kill so ein bisschen... ...items kaufen? Und dann können wir mal Drake machen? Ich glaube, wir gehen jetzt. Wir können jetzt nicht back. Wir können jetzt nicht back. Dann gehen wir halt noch auf. 17 Sekunden Ulti, wenn wir bis dahin ein bisschen was machen können. Alter, dieser Pink Ward ist da rein. Ich glaube, wir hätten ihn länger zu uns laufen müssen. Ich bin ja schon unsichtbar reingegangen. Oh, da ist 6. Kann ein Warden. 5 Sekunden Ulti. Die können fighten, Alter. Ich bin mega strong. Ja. Ich habe keine Ulti. Also... Das ist mega scheiße. Genau. Mit der Portion. Also Tower. Tower können wir... Der ist glaube ich 2-Hitter. Aber Tower ist fast tot. Ich muss jetzt bloß schnell reingehen. Mach einfach Tower. So, lass Drake mal. Ach, ich habe einen Assists auf den Turm. Ich weiß nicht. Ich forste den Back. Oh, guck mal. Ja, ich forste den Back. Ich glaube hier. Ich habe das Gefühl, wir werden hier gesehen. I know what lurks in the hearts. Und dann Ulti bestimmt gleich rein. Guck mal, das steht schon so. So, top. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da reinzugehen. Komm, Magana, Ult, 6, Ult. Das ist mega fail. Wenn wir jetzt dann im Bad fighten. Das ist schwierig. Ich darf mal den Dragon nicht aufgeben. Wir warten einfach bis wir anfangen. Wir müssen ja hier nichts forsen. Ja, Peric pusht doch. Rafe sie ihn? Nice. Push einfach. Lass das Peric pushen. 3400 Gold, ich muss mal irgendwann back. Wir pushen mit dann. Sobald dann einer hochgeht, können wir ja immer noch für Dragon gehen. Und Bottling können wir jetzt auch einreißen. Komm, Max. Können wir Drake machen, glaube ich. Die gehen jetzt Top-Deffen. Die gehen jetzt Top-Deffen. Die gehen jetzt Top-Deffen. Die gehen jetzt Top-Deffen. 3400 Gold. Wir machen jetzt Drake. Der ultet den am besten auf. Der ultet Bottling, glaube ich. Lass doch unsere Leute lieber Drake machen. Ja, passt bloß auf. Da bin ein Pantheon ult, ne? Ja, ich habe eine Laterne mehr. 3 Sekunden Smite ab. Licks ist auf dem Weg. Komm, Pantheon. Lass Pantheon fokussieren. Könnt ihr den bursten, ne? Oh, fuck. Nein, nein, nein. Ich kann doch nicht mal einen ultzen. Alter. Ja, ein Kill. Na, Dragon haben sie auch bekommen. Fail. Mega Fail. Wir sind jetzt eher am Rufen. Die waren eher da wie wir. Äh, wie ihr. Sorry, Max. Oh, ich habe gedacht, ich hätte dich jetzt, ähm, Sacrifice. Der Morgana hat mich halt richtig geraped. Mit dem Q. Oh mein Gott. Ah, die waren nicht sonderlich früher da als wir. Die waren eher da wie ihr. Nein. Wir haben 2 für 1 den Dragon, gell? Verloren. Überhaupt nicht Wurf. Und vor allem Shutdown auf mich. Naja, das ist auf jeden Fall nicht Wurf, ne? Topline hat auf jeden Fall nichts mehr zu machen. Das ist mir gut. Wenn du weiter Top den Druck machen kannst du, dass die irgendwen hochziehen. Kannst du einen Blue Solo machen? Ja, klar. Die werden jetzt wahrscheinlich auch bald Top mal kommen, ne? Also... Drückt ihr dann irgendwie an oder hin? Wahrscheinlich, ja. Du wirst jetzt ziemlich weit raus. Du wirst jetzt echt aufstecken. Oder so. Ja, da kommt auch schon. Hi Pantheon. Willst du zurück? Ja, ich will gern zurück. Ah, warum? Weil ich 1500 Gold hab. Eigentlich noch nicht. Jetzt sein Item mehr. Pantheon ist immer noch hier. Ihr könnt immer noch Druck machen auf Annaligns, ne? Der ist immer noch... Push, Bord. Ich komm jetzt gleich auf Bord. Ich glaub ich komm jetzt einfach mal Top-Raven. Naja, Top. Könnt's einfach an die Annaligns gehen. Ja, aber... Gank a winning name. Gut aufsagen. Aber Pantheon... Ich weiß nicht, ich kann aber nicht... Ich hab's nicht getötet. Dann killen wir die. Aber das Problem ist, Mitte pusht dann forever, ne? Das Problem ist, dass der schon mehr... Ich glaub die reißen jetzt... Die reißen jetzt Top-Ein. Spielt safe Bot-Lane. Die reißen Top-Ein. Six ist nicht da. Passt auf. Ja, lass mal Red machen. Schauen wir mal, ob er noch ein bisschen raus pusht. Das wäre pretty nice. Wartet mal, wartet mal bis Six da ist in der Mitte. Dann könnt ihr Top-Lane Action machen. Die Six ist da. Zeig dich vielleicht mal, dass er nicht weg ist. Wir wissen halt nicht, wo der Pantheon ist. Ja. Six geht aber Top jetzt, glaub ich. Wenn ihr abzudeiven wollt, hat der Passive? Was für ne Ahnung? Er hat keine Passive. Ich hab den noch vorerst gekillt. Der hat die immer noch nicht ab. Der hat die immer noch nicht ab. Ja, das stinkt alles ein bisschen, ne? Da oben. Ja. Ich würd auch sagen. Oh nice 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 nice. Die sind alle da. Ich komm mal auf. Pass auf Tranny, ne? Ist Pantheon oben, dann push mit Bot-Lane. Ich komm mal auf. Push Bot-Lane, push Bot-Lane. Die sind alle oben. Oh geil. Oh mein Gott, ne 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 ne. Lass. Oh please. Oh fuck, das war nice. Weg. Waren alle da oben. Morgana und Duschen auch. Wir müssen unten Bot machen. Jaja, wir machen. Wir autotaken wie die Geisteskrank. Wir haben einen Turm. Ja, hoffentlich. Wann ist denn der Drake überhaupt down gegangen? 23,19. Da sind nur Pantheon und Zächs sind da. Mithauer fällt jetzt auf. Wir könnten noch nicht verteidigen. Können sogar noch ein bisschen weiter Druck machen Max. Lass sobald die in der Mitte wegmoven. Die müssen wir auch abhauen. Die Frage bei wieviel wir weg müssen. Bei wieviel. Weil jetzt könnten wir eigentlich schon weg. Pantheon ultet jetzt. Pantheon ultet jetzt. Hey, der hat er grad oben gemacht. Ja, hat er? Hat er keine Unterfragen. Hoffentlich komm ich noch rechtseitig weg. Aber die können hochkommen auch. Die können noch hochkommen. Mh. Die können noch hochgemoved sein. Muss ja nicht sein, dass die eine Hunde... Dann werden wir gleich sehen. Wo die sich hingesneakt haben. Haben wir jetzt nochmal Drake abgewinnen? Hab ich schon wieder vergessen. 23. 23,19. Ach, hab ich ja... L6 hat Flüge. Ne, 22,19. Entschuldigung. Das war 16. Zag hat kein Ignite mehr. Auf was für einer Engine laufen eigentlich diese ganzen MOBAs. Und dann geht das seine eigene, oder? Du kannst sagen, die haben nicht alle dieselbe Engine. Das sollten wir auch einfach gruben. Ah, der will den großen... Ah, der will den großen... Mogana ist oben. Mogana ist oben. Ja, ich bin auch da. Alter, meine Seelen spawnen. Wir sind alle da. Wir brauchen jetzt Sweeposs. Ich glaub, wir können... Nein, nein, nein. Ich bin noch nicht da. Wir brauchen Sweeposs jetzt auf... Äh... Fast alle. Wir sind alle oben, Mann. Das war eigentlich Epic jetzt, wenn Ivan da wäre. Ivan! Ja, ich hör mir rein. Woop, your petty ass! Oh, fucky fuck! Ich geh rein. Laferna, Laferna, kannst du raus? Nice. Oh, lol. Wollen wir rein gehen? Warte, 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 ich bin noch nicht da! Oh, mein Gott. Ey, wer denn zur Tode gepokt? Ah, jetzt können wir backgehen. Pender gegen den Six-Poke erstmal wenig mal. Ich fand das eigentlich eine richtig gute Möglichkeit. Ja, wir werden eigentlich rein gehen. Keine Ahnung, als ich tot war. Als ich tot war... Als ich tot war... Du warst aber noch nie. Du bist ja eh mehr so derjenige, der auffräumt. Wenn wir die alle low haben, sodass du noch eine Barrel brauchst für Pentakill. Der Red von mir. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Sweepers und Pinkhorns und all den Scheiß. Der Red auch? Ja, na. Ich glaub nicht, nein. Ich weiß nicht, ich wollte ihn jetzt nicht checken. Ja, check. Mach mal alle Sweeper, außer du mag da. Und jeder baut Pink dann. Red ist nicht, ja. Noll. Das hab ich krass. Okay, mach die Vorderen, dann mach ich die Hinteren. Oder mach du die Hinteren? Ja, mach einfach alles. Ja. Nein, auch nein. Sorry. Mach einfach die... Mach einfach die Wails. Ja, verdammt, die wollte ich ja auch grad machen. Die machen gerade Blue... Ja, nein. Und Morgana und Lucien geben uns eigentlich lieber Platz. Eine Minute bis Drake. Also... Da sollten wir vielleicht... Da sein, rechtzeitig. Ich denk, ich will vor allem noch einen Giants-Qualt vor. Und Lucien ist auch stärker als ich. Der hat so viel Lobby Gold gekriegt. Drake ist jetzt schon da. Was ist denn da? Was ist denn jetzt? Die machen Drake schon. So müssen wir zum Drake. Darf man jetzt nicht mehr, oder? Ja, dann kannst du in Not noch Barrel-Steal machen. Warum muss ein Ward drüber? Ja, du kannst nur Dings-Ult-Steal jetzt versuchen. Ja, das ist so gutartet. Mach einfach! Mach doch nicht einfach eine Ulti da rein. Wenn ihr auf unseren Gate... Nein, mach euch nicht. Das ist halt ein Schwachsinn. Ich seh doch gar nichts. Wieso soll ich eine Ulti... Wenn wir jetzt in den nächsten Momenten eine Ulti brauchen, für das... Ne, das ist nicht... Charing muss, glaube ich, gleich. 50 Sekunden nach die Cooldown, oder so. Oh nein, klau doch nicht die großen Minions. Das ist Comeback. Comeback Mechanics. Kommst du weg, Beric? Ne, ich glaub nicht. Wir können Mitte vielleicht pushen, wenn jetzt... Ach ne, da ist Six. Oh, das ist doch so behindert. Ich verstehe das echt nicht. Ich verstehe das echt nicht. Warum wir so wenig Druck auf den Lades haben, wenn die immer oben sind mit vier Mann, ne? Ich verstehe das nicht. Das ist echt eine ganz komische Mechanic. Weil die erst reingepusht haben und dann... Und dann wollen wir alle Base nochmal... Ja, aber beim Dragon können die definitiv nicht zu viert gewesen sein. Weil die Morgana war kurz nach dem Dragon schon oben. So, das heißt, der Seg war auch oben. Ne, die Morgana war unten. Da war ne Pfütze. Das heißt... Ja, okay. Dann muss sie aber ganz schön schnell gerannt sein, ne? Gerade Speedboot. Das Problem ist jetzt... Max und Romatra, ihr rennt auf alle Lanes und farmt. Mach kein Scharm. Ihr rennt von Lane zu Lane. Ja, aber wir müssen noch... Wir können Botlane keinen Druck machen. Der Lucien hat aus irgendeinem... Wieso könnt ihr das nicht? Wieso könnt ihr... Peric ist wiebel stark. Ja, ich wollt grad sagen... Ja, dann müssen wir... Wenn dann alle... Wenn dann alle Druck machen. Wir können auch die Zweidruck machen, weil Pantheon uns tötet. Wieso? Ich kann doch immer noch Botlane-Room. Aber wenn ihr auf alle Lanes rumtrollt, das ist scheiße. Na, dann machen wir jetzt gemeinsam Troll-Aktion. Aber wir können nicht alle zu zweit rum, wo schon welche sind, weil Pantheon uns tötet. Ja, gut. Aber der Seg kann oben auch nicht alleine verteidigen. Ich komme immer wieder an den Tower ran. Der kann nix machen. Das ist ja eigentlich gut, was du da oben machst. Also der kann eigentlich nix machen. Der kann auch nicht alleine die ganze Zeit defen, weil ich immer wieder an den Tower ran komme und dem Tower Hits gebe. Das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt wieder gehen, dann wird... da gibt hier wieder die Toplane Probleme. Ja, deswegen geht doch einfach Botlane, Mann. Du kannst doch nicht weiter pushen oben, Perrick. Du wirst jetzt wieder abgerissen. Wir können doch mal wechseln. Wegen Baron. Gehst du Botlane, Perrick? Ich glaube, Morgana kommt jetzt auch. Six kommt auch. Gehst du Botlane, Perrick? Geh jetzt einfach ganz back. Geh Botlane und wir nutieren alle Toplane. Und pushen einfach Toplane die ganze Zeit. Aber hier ist jetzt gefährlich, ja. Weil jetzt... Ich hab'n Pink Bot, aber ich will ihn nicht stellen, weil mein anderer Pink Bot noch steht. Geh dafür, dass wir einfach groupen. As five. He is elegant. Hier sollen wir groupen, wenn Perrick dreimal stärker ist wie Zac. Ja, weil Perrick dreimal stärker ist wie Zac. Ja, eben. Deswegen ja. Deswegen kann ich ja splitpushen. Deswegen kann ich ja splitpushen. Weil ich dreimal stärker bin als der alleine und der nicht alleine defen kann. Wenn Zac auf dich drauf springt, Romata, bist du instant da. Ja. Wer macht dich tot? Ruf dir immer die Items von dem Mann. Mann, der kommt da. Der kommt da. Lass einfach Toplane gehen. Routier Toplane jetzt. Lass Perrick Botlane pushen. Der ist hier. Der ist hier. Der ist da. Leute. Oh 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 oh. Okay, ja. Ich hab jetzt. Mitte Mitte Mitte. Ivan. Push Parry. Push Parry. Oh, ich push schon. Lass die auch nicht back dann, wenn die. Ja, die müssen uns jetzt diven halt. Aber gut, mit Zac passive kann man auch ganz gut diven. Ja, mit Ivan kann man nicht diven. Ich werde, Zac muss schon back. Komm, die kommen hier hin. Geh hinterher, hinterher, hinterher. Ja. Lass mich hochheilen. Mach die Minutes nicht mit der Barrel. Die kommen hier hin, ne? Bitte mach die nicht. Komm jetzt, Zac. Ja, die kommen da. Die sind auf dem Weg zu mir. Ja, ich bin auch wieder voll. Die sind da. Ja, jetzt rein. Mach Pantheon down. Ich bin auf Zac. Ich muss auf Zac sein. Ey, keiner geht. Ich bin auf ihr. Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck this game. Fuck this game. Ich weiß nicht, auf wen seid ihr gegangen? Auf wen seid ihr gegangen? Also ich habe Romata versucht zu verteidigen. Sag mir das mal. Ja, das ist Fail. Ich war auf Six und Lucien. Die waren beide an mir. Wieso ist das Fail, wenn ich mich verteidige? Weil Carries waren an mir. Ja, das ist nicht Fail, aber auf wen seid ihr denn gegangen? Lucien und Six waren auf mir. Ich habe doch gerade gesagt, Dings, Pantheon ist super squishy. Der stand genau neben mir. Tötet ihn einfach. Wo ist das Problem? Ja, aber habt ihr nicht geschafft. Können wir mal auf die Calls jetzt mal bitte hören? Und nicht jeder macht irgendwas? Pantheon rennt in mich rein. Ich gebe den Barrel und eh, er ist fast instant down. Und ihr rennt alle von mir weg. Ich renne immer zu Romatra auf euch. Ja, muss ich doch. Weil sonst stirbt er. Die waren total die Splitte. Die sind einfach auf Parry drauf gegangen. Ja, aber er war auf Romatra. Die beiden Carries waren auf mir und die Morgana. Zack war auf Romatra. Sag mir das mal. Zack war auf Romatra. Der ist auf mir und die Morgana. Du hast selber gesagt, Romatra wird sofort getötet, wenn Zack auf ihm drauf ist. Und ich habe auch die Hilfe gebraucht. Wenn er mich nicht vor Zack verteidigt hätte, dann wäre ich gestorben. Und es war, ich meine wir haben Zack getötet. Er und ich haben Zack getötet. Der Rest muss ich einigen. Ich mache immer das gleiche. Ich muss fast immer nur Romatra verteidigen. Ich war erst bei Parry. Ne, erst war ich bei euch. Hab links weg, hochgewirbelt, abgebrochen seinen Sprung. Und dann hab ich den ganzen Carries nochmal hochgewirbelt. Du hast den Sprung abgebrochen. Ja. Wie ist der dann an einem WLAN rangekommen? Keine Ahnung. Der hat geflasht und ulti gemacht. Über den Flash bin ich mir nicht sicher. Aber irgendwann hat er ihn geultiht. Und dann hat er eine Millionen mal auf ihn drauf gesprungen. Er muss nicht mehr geflasht. Anders ging es nicht. Der Sprung war auch cool. Der war auf jeden Fall auf mich drauf. Was ist mit Drag? Wann war der denn eigentlich? 22,9? Ach der ist schon wieder gegangen. Ups. Der wird dann wahrscheinlich jetzt gleich kommen. Ja der wird wirklich gleich kommen für einen. 50 Sekunden oder sowas. Oh Gott. Hi, nice. Ja ich seh's aber... Oh! Er hat keinen Flash. Ja ich wollte auch grad sagen, wenn du das hättest. Ja ich wollte mein Ult irgendwie save. Mach mal Mitte Druck. Oh bot 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 bot. Ah Peric ist tot. Ja du hättest einfach vacuumen müssen. Der hat die Laterne gegeben. Das ist Drang up. Fuck this shit. Unsere Rotations sind super bad. Ivan komm mal. Fokus ist super bad. Ja nein wir hätten es nicht anders machen können Max. Ne wir nicht. Wir beide sind völlig separat im Fight. Es muss nur... Es muss halt Wukong, Wukong, Kragas Ulti. Wir müssen sofort... Ey mein Hook macht... 80 Schaden. Wir müssen unsere Todes Ultis. Mit Aatrox, Wukong und Kragas. Na gut aber ich mach meine Ulti nicht auf dem Pantheon. Also ich geh immer auf den Carry. Immer. Auf Lucien und auf Six. Ja das ist aber okay. Und Ivan hat ne... Ivans Reichweite ist nicht gerade gering. Und auch Wukong ist nicht der Unmobilste. So. Und ich versuche so gut wie es geht Romata zu verteidigen. Wie immer. Mach inzwischen auch ein bisschen Schaden. Ivan ist down. Der Zac ist nur einfach tanky. Mehr ist er nicht. Lucien ist halt ziemlich im Game ey. Das ist halt echt krass ey. Weil er einfach 6 Minuten lang afk war. Gut. Zu zweit können wir den... äh... Der war gar nicht so lange afk. Wir konnten gerade eine Wave reinpushen. Dann war der wieder da. Brauch 100 Gold. Pantheon Achtung. Hier Pantheon hinter euch. Jaja. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Jungs. Der hat doch keinen Flash mehr der Pantheon. Wie schnell die Morgana ist. Ja die hat 5er Boots gekauft. Die hat die schon seit fast Anfang Beginn. Deck ist über uns. Seit Anfang Beginn hat... Oh sorry. Wau ich den großen. Ja Krunt. Nächstes Mal sagst du mir dann vielleicht bevor ich den Camp anfange. Ne. Ich wollte das so nah an. Dass du's anfängst. Achso. Du kannst ja wegschlagen. Er wollte ihn der Clown. Das war der ganze Plan dahinter. Ich hab ihn gesehen. Aber ich könnte mir jetzt eigentlich meine Dings kaufen. Ja. Ich rufe den Block die Ulti. Hab ich auch kein Problem damit. Was ist mit Iman? Warum ist er so still? Ja der hat sich zurückgezogen in seine Rage. In seine Rage Cave. Das bringt doch nichts hier was zu sagen oder? Bringt schon was. Wenn ich jetzt sage Pantheon macht jeder was er will. Was soll ich das sagen? Hier ist die Morgana. Morgana ist hier. Was ist das? Was ist das? Jetzt lass einfach Mitte pushen. Einer ist Top. Einer Spot. Die sind Out of Position. Push einfach Mitte jetzt rein. Würde ich sehen. Kann ich gegen den pushen. Ah gut. Das ist halt das Problem. Kann auch gegen den Six pushen. Er ist geslowt. Schaden ich bekomme noch trotzdem mal. 169 Magier-Resistenzer. Ich geh schon voll auf Magier-Resistenzer. Ich geh schon voll auf Magier-Resistenzer. Mein Pink-Wall steht einfach schon 5 Jahre. Ich kann kein Neues stellen. Kannst du doch. Naja dann geht das andere weg. In 100 Gold hab ich auch ne. Bitte bitte bitte. Soll ich reingehen? Ja komm. Da. Oh Gott. So genau das haben wir letzten Mal festgemacht. Ich bin tot jetzt. Die haben die besseren Champions glaube ich. Neee. Nein. Wieland Alter. Deine Logik ey. Die ist aber auch echt. Von so einem 3-LD ey. Dass ich gehofft wurde. Dass ich gebinet wurde. Das war das einzige Problem. Sonst hätten wir die alle geraped. Ja sorry das war vielleicht etwas. Und jetzt Drip Baron? Ich dachte die wollen Baron machen. Jungs. Ich bin super low. Eban? Oh der ist die Drip Baron. Genau super low. Oh jetzt Flash Arena noch. Ich bin rumgelaufen. Oh Gott. Ich bin getroffen. Das macht keiner was doch. Oh mein Gott. Alter Solution. Ich bin noch nen Weg zu euch aber. Ich kann dir nicht helfen wenn ich da hinzukomme. Dann kommst du oder? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wo kommst du? Oh nice. Gut gesehen. Komm mal rein. Oh Gott. Fuck. Wieso bist du nur da drinne? Versteh ich gar nicht. Warum bist du da eigentlich 4 Leute reingegangen? Kick Runny alter. Oh G. Motherfucking G. Komm bis zu uns 4 Leute reingegangen Parish. Oh Gott. Oh jetzt mach ich die selbe Brain auf. Oh Gott. Wieso hat denn der seine Rolte schon wieder? Ivan kannst du da was machen? Eric warum sind so viele Leute reingegangen? Ich hab nicht aufgepasst ey. Ich hab mich schon mehr darüber lustig gemacht wie Krann da reingerannt ist. Und dann bin ich selber reingerannt ey. Oh Gott ey. Dieses Game ey. Ich hab nicht gesehen das 4 ist. Da sind bloß 2 und dann hätten wir mal. Wie krass der Zag trotzdem mal ist ne. Da siehst du einfach was momentan los ist. Alter echt. Der Zag ist so. Ich hab den so krass outfarmen ne. Aber der kann trotzdem den Wieland alleine zerstören. Das ist so heftig ey. Wir müssen den echt mit 4 Mann müssen wir den belagern. Damit der nicht den Wieland zerstört. Das ist so krass einfach echt. Ich versteh es nicht was du magst Max. Ich versteh es nicht. Ganz ehrlich. Wieso du diese. Wieso du diese Lane pushst. Was soll ich denn das sagen alter. Was soll ich denn das sagen. Ich bin on the run oder was. Du pushst jede Lane. Du brauchst jetzt 4 mal mit dir. Du hast jedes mal die Lane gepusht. Genau. Genau für dich Krann. Das ist ne Dankeschön. Schatzchen. Die Rape kriegst du nicht. Sicher? Oh ja. Scheiße. Verdammt. Kannst die Wölfe machen. Oh die Midlane. Ich nehm die Midlane. Ich glaub es ist mal ran wenns hattet. Der Banshee ist das denn. Der Banshee ist vielleicht nice. E hat eins. Ja tank ihn jetzt. 230 farm nach 35 Minuten. GG alter. Ich hab auch nicht mehr. Ja ramp das ab. Vor der noch Pistolen wird. Promatter. Wirklich sehr sehr gerne. Okay. Ich habe die Fangen. Aber die machen Barrel. Die machen Barrel. Ja aber wenn jetzt. Die sind schon fattig oder? Ne ne die haben noch nicht angefangen. Die haben noch nicht angefangen. Oh Gott. Oh Gott. Split. So ist doch okay. Ivan kann weiter drücken ja. Bleibs einfach bei Ivan. Wir verstreuen uns einfach. Nehm mal. Ist der Dragon ab? Ja Dragon ist ab. Ich bin tot. Das überleid ich mich. Nein ich hab noch die Laterne. Ach und schnell Dragon machen. Das haben wir noch können. Mach Barren. Ich bin. Barren ist äh. Komm nochmal zu mir alter. Wir verstehe nicht wie der Madra hier wird. Wollt ich den lang laufen sollen? Ja einfach beim Team bleiben. Ich bin doch sowieso safe. Wir müssen aber noch rauskommen irgendwie. At least. War ein guter Bait Leute. War ein guter Bait. Wenn die Dragon kommt. Wir müssen aber aufhören dass sie nicht Barren machen. Wir brauchen jetzt irgendwie Vision. Ja ich geh zu. Ich pass die Mut gerne ein. Der Barren ist gar nicht mehr. Also. Es wäre vielleicht nice wenn ihr jetzt kommt. Das wäre vielleicht wenigstens mit so ner Ulti. Oh hier nice nice nice. Hast du ihn noch kill mit E? Ja ne. Die machen Barren. Die machen den. Die machen den. Die machen den auch gerade. Die sind wahrscheinlich schon fertig. Ich hab noch Ulti. Ich habe keine Piss. Oh nein sie sind noch nicht fertig. Doch jetzt sind sie fertig. Ja lass raus, lass raus. Oh Gott. Alter ey. Diese Morgana alter. Sind doch die Laterne. Oh mein Gott. Hab ich nicht gesehen. Oh gg. Ich hab keine Laterne gesehen. Deswegen spiel ich nicht gern Thrash. Sag doch was vorher. Laterne kommt oder so. Alter das ist doch. Da muss doch das Auge brennen. Ne da brennt kein Auge. Ich bin on the run. Da brennt das Auge. Ja ich hab's genau auf deine Füße geworfen. Hab ich nicht gesehen. EG. Nix darunter auf jeden Fall kein Thrash. Ich bin nicht weg. Och Max alter. Was sind das für Bronzene Mechanics. Porte doch hier alter. Porte doch hier. Hier hier. Porte hier. Vor allem von hier kannst du doch einfach zurücklaufen. Ja. Fall 7. Ich war schon weg. Ich dachte das sind die letzten 0,5 Sekunden. Ey Leute. Okay wir machen jetzt Vollteamlinks. Alles klar ja. Ach ne die hat der Schild. Der hat der Schild. Alter. Was für ein Damage. Alter hat's aufgespielt. Wie stark der Pantheon ist. Aber. Aber. Mache. Baby. Traut die Masse. Ja. Loll. Nehm ihn. Danke. Was mit Zack. Utter. W laptop. W質 ja. wir setzen was aus. weEZ STANK dir. down a really. Was ist das nek? Wir haben jetzt ein paar Quill zurück bekommen, oder? Ich weiß nicht. Wenn ich Straden habe, weiß ich nicht mehr. Na wieso ist er doch nicht auf der Coddard? 20, 15... 41... Was ist das? Was ist das? 41, 41... Alter, so super tanky. Hm... Wo ist mein Back? Okay, da bist du einer da. Guck mal schnell mal. Blue ist ab. Oh, da ist die Frage, kann ich mehr Geister machen, um dabei zu sterben? Nicht so. Nicht so. Pantheon ist so krass, Alter ey. 3800 AP hat der Kerl. Oh, ich hab's geschafft. Das ist die Prailität ihrer Form. Was ist los, Ivan? Was ist los, Ivan? Was ist los, Ivan? Nix? Soll ich mal mit rein engage'n vielleicht? Voll dir engage'n. Ich gehe mit rein. Ich bin nicht dabei. Aber ich habe alle hochgewirbelt, alle hochgewirbelt. Alter! Ich kann nicht meinen. Ich kann nicht meinen. Ich kann nicht meinen. Wir warten immer zu lange. Wir müssen besser in Gage. Ja, wir müssen selber in Gage, nicht in Gage. Findet ihr jetzt Baron oder? Baron haben die doch gemacht. Ja, die machen Baron jetzt. Ich lerne Brains ausgehen. Ich verstehe nicht, wo die hingesprungen sind. Die hätten das gerade weggekommen. Ach, wir wollen safe machen. Die Mala ist safe ins Kopf. Ich glaube, Taurus steht da. Voller nach hier. Raus, Ivan. Wo musst du? Denkst du, ich verteidige den ersten Taurus da oben? Den zweiten, ne? Der zweite ist das Taurus. Der zweite kann man auch nicht halten. Du musst einfach Bot. Dann könnten die auch. Kann ja schließen. Aber die machen den Inhip Turret auf jeden Fall auch noch Ivan, ne? Ja. Muss vielleicht kommen. Ne, machen sie. Woher machen sie nicht? Ich bin gleich da, aber... Oh! Den können wir vielleicht abbeißen. Ich weiß nicht. Halt überhaupt gar keinen Charme an dem... Oh, Max. Max nimmt sich alle viel. Wtf, was hast du denn da jetzt noch drauf gemacht, Max? Auto-Tags auf Doom? Boah, das ist ja knapp. Ich hab extra nicht mehr Auto-Tag, damit Ivan, äh, V-Land den Kill kriegt. Barron, please spawn now. Er wird's wahrscheinlich spawnen nehmen. Ein Ward wär auf ihn frei, it's nice beim Barron, so lange die 90. Nein, Raid-Boss, Super-Minion, 500 damage. Wär schon, 500 damage, ey. Wär schon, 400 damage, ey. Ich hab jetzt Infinity Edge vielleicht... Fick das ja. Dragon ist ab. Da hat noch 200 Gold drin. Aber wir wissen ja, wenn wir verlieren ist nicht schlimm. Zeland hat ja gesagt, die haben einfach die besseren Champions. Ja, die haben einfach die besseren Champions. Ja, die haben einfach die besseren Champions. Red ist auch ab noch immer, ich nehm mir den jetzt. Ja, nimm den. Weil... Drake hat gespawnt? Ja, Drake hat gespawnt. Bleib mal in der Nähe, falls ich eine Alterne brauche. Jetzt zum Beispiel. Ooooooh... Da war ich gerade wieder in die Mitte pushen. Du bist so lange CC'd, Alter. Mhm. Das hab ich gesagt. Ich hab mir schon gedacht, dass die Leitern vielleicht noch kommen sollen. Ich mach ne Save hier der Lane durch. Watt, Ivan, kannst du kommen? Ivan? Ja, 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 ich kann mit mir. Ja, den schon brauchen wir nicht zu verteidigen. Ich glaub den nächsten wird auch schwierig. Ohne mich. Mit in ihm steht wieder. Ne, steht ja gar nicht. Was zur Hölle, wieso wurde das mir grad angezeigt? Wie damage denn? Das ist mal ein bisschen Waste hier. Und ich könnte ihn gar nicht treffen. Man könnte eigentlich rausgehen. Guck, kann ich noch raus. Dann hat er halt hier einfach nur. Den Deck. Dann hab ich nicht mal wenige Items. Überhaupt alle Damage Items, die ich bauen kann. Das ist nicht so gut. Flash! Ja, also haben wir jetzt auch gegen Silberleute doch verloren. Das ist ja nice.